Hallo Leute, heute gibt es mal wieder ein angespielt von mir und zwar von einem Indie-Plattformer namens Rogue Legacy. Ihr seht schon das Titelbild, ich habe schon ein bisschen angespielt, allerdings werde ich jetzt das nochmal Löscher-Delete-Safe und nochmal neu anfangen, damit ihr auch seht, wie es komplett von Anfang an ist, mit Tutorial und Geschichte und sowas. Meine Güte für meine Familie. Aber ich bin nur für mich. Also ihr seht schon, es ist eine Plattformer halt, ganz normal, ich kann hier rumspringen. Es gibt später auch noch Geheimgänge, alles mögliche, hier ist ein Tutorial. Ich kann hier alles kaputt hauen und gleich Gold raus droppen. Der ganze Kniff daran ist, wenn sie sagen, kaputt hauen und Gold aufsammeln, das werde ich dann auch zeigen. Also erstmal ist es hier ein ganz normaler, auch mit Magie und so, später hab ich schon noch. Na ja, natürlich, noch nicht mit Null. Ähm... Bäm, bäm. So. Also, ja, ihr seht, ein schöner... ne, 8-Bit. Irgendwie schon 8-Bit. Allerdings mit besseren Musik. 8-Bits an die alten Klassiker angelehntes Spiel. Ich kann gar keinen Schaden nehmen hier, sorry. Ähm... Ich mag's sehr, denn ich bin jemand... Ich hab noch Sonic zum Beispiel gespielt. Auch wenn Sonic nicht so viel mit den Kämpfen zu hat, aber auch mit Geheimgänge finden und so. Und... Ja, Sachen finden. Ich hab das alte Sonic auf dem... Ich glaub, Sega Mega Drive oder sowas. Hab' ich damals noch in... Im Hurt gespielt. Lange, lange Zeit. Ja. Ähm... Uh... Ja, leider bekomm ich das Gold nicht, was ich hier im Tutorial spiele. Ähm... Es gibt hier auch nicht die Attacke. Es gibt natürlich auch diese nach unten Attacke, die haben wir Lust... Wenn der jetzt natürlich das... Treffen muss. So, dann kann man hier auch springen. Ähm... Es ist viele Geschicklichkeitsübungen bei den ganzen Sachen dabei. Also, ich werd' wahrscheinlich hart failen an vielen Stellen. Bam, bam, bam. So, hoch. Und deswegen verzeiht mir das. Also, ich werd' auf jeden Fall auch relativ schnell sterben. Wuhuuu. Hm. Was ist die, to attack? Ich hab' die König attackiert. Hm. So. Enter. Start your legacy. So, ich bin hier jetzt grad am Anfang. So, vor der Burg. Moment. Vor der Burg. Und hier ist bloß ein Trainings-Dummy. Bam, 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 bam. Ja, also, es gibt einen Angriff. Es gibt einen Zauber, den ihr links oben seht, was er für ein Zauber ist. Es gibt's unterschiedliche. So, ähm... Mit A könnte ich da redlich mein Schild benutzen, wenn ich die Spezialfähigkeit freigesteite. Und S ist Spring oder Leertaste. Äh, also W, A, C ist sozusagen die Steuerung. Ähm, Pfeiltasten laufen. Ist deutlich ganz gut. Ich bin mit einer Struktur. Mit dem Gamepad ist es auch steuerbar. Allerdings hab ich das Problem, dass da mein... Ich hab zwar einen 360-Stil-Gamepad, aber kein Original. Sondern nur die Stil von 360. Deswegen soll ich auch mein Geld hochtickern. Ähm, und das wird irgendwie falsch belegt. Naja. Journal Entry 1. Treason. Treason? An assassin has ruined my father, the king. To bring order back to the kingdom. He has set my siblings and I on a quest to save him. Together we will venture into the cursed woods and enter Castle Hampson. This cursed castle has stood on the edge of the woods in time immemorial. But the rumors say that within it was an item which would cure any ailments. Tonight I will get a head start over my brothers and sisters and set forth on my quest where they lay asleep. To fail this quest would be an embarrassed to my name. Embarrassment. Ähm, ja. Also der ganze Trick, äh, Clue bei der Sache ist. Okay. Hier ist ja die Map. Hier ist ja auch rechts oben. Mini-Map. Und der Clue bei der Sache ist erstens, das Castle hier fängt immer so an. Ist dann aber zufallsgeneriert. Wie die Räume an Grunds und was man räumen muss. Ja. Das ist doch immer der spannende erste Raum. Ach, nö. Hm. 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 War gefailt? Doppel. Achso. Ich kann mir eher schon wieder drauf stellen. Triffst du mich nicht? So. Ähm. Ja, das ist schon. Ich bin schon aus dem Stats drauf gegangen. Oh nee. Weil ich unfähig bin wahrscheinlich. Da muss man bisschen vorsichtig sein, wo. Um das möglichst schadensfrei hinzulegen. Oh, 100 Gold. Das ist schön. Am Anfang ist ein 100 Gold ganz schön viel. Wo. Wie ihr seht, muss man ein bisschen aufpassen. Wow. Und da ist eine Stachel, die aus dem Boden kommt. Wow. Oh. Geh doch. Bäm. So. Oh. Und schnell weiter. Ops. Oh, da ist hier ein Bildschild. Ähm. Ja, ihr seht schon, es gibt unterschiedliche Gegnertypen. Aua. Ich hab noch vier Leben. Vier, vier, vier. Ah, und tot. Keine Ahnung, wie ich an die rankommen soll, wenn die von unten kommen. Das ist, das haben wir schon ein paar Mal gekannt. Ja. Wenn ich das mache, dann to care enemy, dann to take unnecessary damage. Ja. Schön. Äh, so. Jetzt seht ihr euch den ganzen Spaß daran. Wenn einer, oder mein Held stirbt. Wo hab ich eigentlich? Legendary Night. Keine Ahnung. Also wenn einer stirbt, kann ich hier die Kinder aussehen, um das vorzusetzen. Das ist ne ganze Spaß. Ja. Und ihr seht auch welchen Zauber der daneben was hat. Das ist ein Mage, der hat so ne starke Zauber. Ähm. Und ihr seht auch rechts immer noch so besondere Sachen. Z.B. Aiden, you remember things with extreme clarity. Color blind. You can't see. Ich werde gleich sehen, was da passiert. So. Jetzt bin ich hier in meinem, meiner Burg sozusagen. Mein Burgausbaubildschirm. Da komm ich immer rein, nachdem ich immer gestorben bin. Und ich hab hier recht unten 50 Gold zum Anlocken. Ich hab 230. Bam. Burg Nummer eins. So. Also man kann sich immer ausbauen. Und das bleibt auch über die Charaktere erhalten. Also wenn einer stirbt, muss ich dann nicht neu anfangen. So. Ich kann jetzt zum Beispiel mein Leben noch ausbauen. Ohne. 180. So. Und dann kann ich auch meinen, meinen Neid, ja. Kann ich direkt mal upgraden. Dann hab ich dann auch meinen. Seid es ist ein Paladin, jetzt kann ich blocken. So. Dann gehen wir hier rein. Und jetzt seht ihr schon. Ich bin Farbenblinden so, ne. Welcome. Welcome Hero. Maybe you can help me. I used to be the greatest blacksmith in all lines. But one day the monsters of this castle attacked my smithy and stuff or my peluberins. Without those peluberins I can only make cutlery and stuff. Cutlery. Cutlery and stuff. Please bring back any peluberins you find and I can build the most made equipment ever. At a price of course. So. Jetzt habt ihr hier das Menü von dem. Sozusagen. Ich hab hier ein Schwert. So ein neuer Helm. Sonst hab ich da gar nichts frei. Doch hier. Da. Also man kann es freischalten, indem man halt diese, wie angesprochen gerade diese im Laubhausen zurückbringt. Und da steht der Tod. Und wenn ich dann wieder reingehe ins Castle. You must pay the toll. You must pay the toll. Gift share and all your money. Also the car. Muss ich halt all mein Geld abgeben. Ich kann es mir noch skills, dass ich ein bisschen weniger abgeben muss. Aber das ist irgendwie 5% weniger, die ich abgeben muss. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht für das, was ich da investieren muss. Bam. Bam. Alles gut mal. Ähm. Stirb. Wenn ich in die Nähe komme. Dann ist es ein verzaubertes. Ähm. Es gibt auch Geheimgänge. So ist der jetzt gestorben. Hoch. Hoch. Ja. Ich kann mich nicht ausweiten. Meine Güte. Ich krieg's nicht hin mit dem Ding zu arbeiten. Ähm. Mit dem Ding zu. Zu kämpfen. Wo woh woh woh. Ich glaub einfach durch. Gibt's können es jetzt irgendeinen Weg rein geben. Wenn man kleinwünksig wäre. Wo woh 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 woh. Nee, gibt's gar keinen weg rein. Hm. Schade wie könnte ich gut sein und so. über sie es wollte ich habe schon ein bisschen gespielt weil es ungefähr die manche gegner besiege soll ich alle stürbt 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 da auch fahrt das ist ja auch hier ja also ihr seht schon wie es wie das ganze spiel funktioniert und da gibt es auch immerhin geheimgänge noch und kisten wo man es zurückfinden kann um ja man kann alle noch mehr klassen freischalten später hier zum Beispiel habe ich jetzt einen Knee für Risky Hero gegen alle später noch immer die aufrüstet eine besondere Fähigkeit ich würde wieder die normale Klasse nehmen ja 100 kann ich mal meinen Maler noch erhöhen ja das ist alles so 420 übrig die muss ich halt dann wieder loswerden hat er 25 gold also so läuft das alles ab ich finde das sehr spannend sehr spaßig und vor allem halt wieder direkt immer drin und von der nächsten und los geht's wieder beim beim wenn ich bin auch noch andere journal einträge wo ach man ey gib mir gib mir den Sack so gold huu das war knapp ich hasse das von mich die kommt nur so kurz vor allem äh das hört mich schon so oft umgenietet und dann jetzt haben wir plötzlich raus poppt und den letzten schlag gibt dann gehen wir mal nach oben stirbt man auch also können wir uns durch wendekassen hier gerade durch unsere stunde wende hoch essen und übrigens äh geheimgänge erkennt ihr daran dass die dass so wie das hier wo ich draufstehe ist ein bisschen dunkler als die normale rand stein und wenn das am rand auch so dunkel ist dass die dann relativ nah und schwer ähm dann ist ein geheimgang dann kann man da durch wie es halt bei dem anderen stein auch ist da sind jetzt waren hier ein finder wahrscheinlich nicht so und und paranoid was kleinen bilder hier angeht fängt mich an jedes bild zu hauen weil halt diese bilder auch gegeneinander sein können bämm wo ja wie das was wir wieder einen umbringen können sechs bild auch mal ist so schnell und kann uns gut sein weg ändern ich dachte aber anfang muss ficken kreis aber macht halt dich es ist übelst nervig ja also es war eigentlich alles so was es jetzt im spiel zu sagen gibt man kann das immer schön kann auch später noch architekten und verzauberer freischalten und so ja es ist alles alles sehr spaßig es gibt da lustiger lustige trades sozusagen ich habe nicht herausgefunden was der trade gay bedeutet gigantismus bin ich halt größer aber was der trade gay bedeutet habe ich nicht herausgefunden naja naja also das ist alles was ich euch erstmal über das spiel so jetzt von meiner sicht aus sagen kann so direkt so nochmal hier freischalten so jetzt habt ihr hier auch genau enchantress und architekten der sorgt dafür dass mein mein dungeon gleich bleibt aber kriege ich aber nur 60 prozent also bleibt so wie er vorher im vorigen lauf war wenn ich das aktiviere ähm da kriege ich aber nur 60 prozent von dem gold was ich dann finde ja so jetzt habe ich hier noch mehr hier gleich die texten oder so hallo hero could i borrow your ear for a moment i am in need of your help i used to be very powerful enchantress but one day the monster of this castle waited my dreams and stole my knowledge they encased that knowledge and runes and without those runes i suck at my job please hero if you find any runes bring them back to me and then i sell it back to you at a profit schönen dank ja also hier hat sie wieder ein ähnliches menü wie grad schon in der schule und sowas das problem ist sobald ich irgendwas von der kaufe werden alle anderen sachen teurer warum ach weil hier unten noch was neues ja kann ich auch einen doppelsprung bekommen ja gibt es halt so sachen übrigens irgendwie dass ich level 7 bin das level hat zwar nicht so eine wahnsinnige bedeutung aber was soll es das weiß ich aber so genau ich würde eigentlich nur wie lange du gespielt hast und wie weit du schon raus gekommen bist aus dem hier mal ein anderer zauber bam oh ah das ist natürlich gemeint das oder mit farbendenteil sehe ich nicht mehr das genau bam also farbendenteil ist schon einer der trades der ich nicht so gerne eingehe geht zwar noch es gibt ja auch einen wo du irgendwie komplett auf dem kopf bist au au sturm mhm no jumping ring ich werde das denn gehen ich komme dann wenn der nicht hochgeschaut von dem aber musst du musst du leicht gewicht haben an der stelle ok es gibt sachen die kann dann wirklich nur lösen wenn man dann entsprechende fähigkeiten hat fähigkeiten hat und dann weiß man schon fast aus und dann fällt man immer noch das ist natürlich so mein typisches bild gerade man sollte eigentlich sich ein bisschen gedanken machen bevor man genau wegen solchen aktionen bevor man reingeht so wo da hab ich doch noch beim neuen journal eintrag noch gefunden journal entry number 2 obwohl i am the eldest child i am not my father favorite i have always known he planned to leave me with nothing but if i find the cure everything will change the victor er There are nothing less than the throne upon his passing. Up in my ascension, my wife and my children shall move back into the royal quarters, back to the royal city, where we once again will be treated with the respect we deserve. No longer will we stand for the gossip and petty slander of my cousin. The other dukes shall bow as we pass. But I am getting ahead of myself. I must keep my priorities clear, conquer the castle, find the cure, collect my reward. Ja, also es ist jetzt schon so ein bisschen die Geschichte von dem... Und den... Ich mag solche... Sprung Sachen gar nicht. Oh, ich hab's geschafft. Einen der wenigen Male, wo ich das... Ah, ich hab's geschafft. Stirb, stirb. Und eine Schatzruhe. Yay, Gold. So, ich hab's noch zurück. Und tot. Und ich werde nicht wieder rauskommen, sondern der Stelle. Na ja, ich hab's mit der Kohle gesammelt, 500 fast. Das geht schon in Ordnung. No Foodpulls. Ah, PRD... Artillery disease, no foodpulls. Ah, dann werden diese Bodenfallen nicht ausgelöst. Ah, cool. Oh, was hab ich noch? Schönes Sehten, blöderweise nicht, weil die Farben grad weg sind. Da sieht's fast genauso aus. Enter... Billing. Ja. Also, ich würde mich dann erstmal von euch verabschieden, hier ein bisschen weiterzocken. Ja, mir macht's sehr viel Spaß. Allein ist ein ziemliches Suchtpotenzial, weil man immer ein Stück weiterkommt. Und immer ganz gut vorankommt. Hopps, hopps, und es kommt sehr viel Geschicklichkeit an, weil ich mich zwangsläufig hab, aber nö. Also, und hier ist so ein Geheimgang, da unten. Hier seht ihr, dass es dunkle ist. Wenn hier das Kleinmüchsig wäre, könnte ich einfach durchlaufen, hätte ich nicht oben rumgehen müssen. Ach, geh doch. Mal ohne Schaden rausgekommen. Puh. Knapp. Ja, also, ich würde mich dann nochmal verabschieden. Ich zock hier weiter, mach noch ein paar Gegner kalt und freue mich, dass ihr euch zugeschaut habt. Bis bald. Tschüss.